Ehhhhh, ok? Wo sind wir hier? Jaaa, ich weiß ja nicht. Also, naja, wir nehmen's mal mit. Wo sind wir hier? Kleiderschrank? Oha. Ooooooh. Da geht's runter. Und zwar ziemlich tief. Ähhhhh. Okay, ich muss das da lösen, damit das Ding da durchkommt. Okay, okay, okay. Verstehe. Ver-stehe. Wie komm ich jetzt nur da hoch? Okay, wie schaffen wir's? Ah, okay. Verstehe, verstehe. So, wir können hier also durch. Ich muss dann nach da oben. Oh, warte mal. Von hier unten, von hier nach da. Und dann durch die Tür und dann bin ich nach oben, oder? Oder? Ähhhhh. Ja. Ja? Und? Ja. Wir kommen bei Dark. Wir kommen bei Dark. Nee. Wie? Nein. Steven. Nein. Wir machen heute kein Dark. Rätsel. Gedöns. Okay. Nehmen wir mit. Pfff. Gehen wir jetzt einfach hier rein? Oh, okay, okay. Hey, 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 hey. Da bin ich in Laufwand. Was ist denn los? Aber ich hab was fallen lassen? Ich mach jetzt nicht so auf. Ich bin auch nur ein Kind. So. Shit. Ich bin verwirrt. Lass mich los. Lass mich hier hoch. Oh. Okay, okay, okay. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Kletter-Action. Und wenn jetzt hier... Es war nur ein Mantel. Es war safe nur ein Mantel. Oder? Teddy? Wie? Wie mein Lighting-Leiter. Okay, es war kein Mantel. What the fuck? Es war kein Mantel. Ich dachte, es wäre einfach nur... Mantel. Was ist das hier? Oh. Hä? 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 Bin ich gelandet? Bin ich irgendwo runtergefallen? Oder war jetzt hier irgendein... Der never ending fall. Ja. Wollen wir nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich dran gerade... Was? Was da gerade passiert ist? War hier nicht auch noch irgendwie eine Tür? Da sind doch zwei Türen. Äh... Okay. Ich weiß nicht, ob die Zeichnung mir irgendwelche gruseligen Hinweise geben sollen. Oder ob das einfach... Kritzelein sind. Ähm... Bin ich hier überhaupt noch richtig? Hast du ein Schuh? Ähm... Ich hör irgendwelche... Geräusche. Oh. Nee. Nichts. Ach, das ist nicht schön. Oh. Wo krabbel ich denn jetzt schon wieder in... Hm. Cyberpunk. Ähm schon. Okay. Okay. Muss ich da jetzt, äh... zufällig... den Halbmond an... When you're holding an object, use... None. Was ist denn None? To throw it. Also, nicht belegt. Er hat nicht denn das hier? Okay. Ich bräuchte... n... Halbmond. So. Oder soll ich so... so ein Ball nehmen? Ach so. Ah. Warte. 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 Jetzt hab ich's verstanden. Ich muss den Ball annehmen. Da oben das Glas... Ich würd sagen. Das Glas kaputt machen. Aber... das Glas gibt im Baseball nicht kaputt. Okay. Dann schmeißen wir das Glas so weit... nach unten, dass... Jetzt treff ich's nicht. Ernsthaft? Nimm die Ball! So. Geht doch. Was? 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 Was mir egal. Take this. And I take this. And now I can open it. Okay. Bin safe. Jetzt muss ich einen Stern finden. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Da hinten liegt er. Wie ist das? Do you hear that? What's that sound? Nö. Hab ich nicht gehört. Das ging jetzt an mir vorbei. Wartet mal kurz. Ich muss doch safe da oben irgendwas rausziehen. Damit das Ding doch dann bis dahinten hingeht. Damit ich den Stern holen kann, oder nicht? Wogegen knallst du denn die ganze Zeit? Wow. Hier gibt's noch ein Schränkchen. Und hier ist auch ganz viel... ...anderes Zeug. Und lass mich raten, ich brauch den Hocker für diese Seite. Ah, vielleicht auch nicht. Nee, aber ich kann hier... ...komm ich zumindest schon mal weiter. Okay. Aha. Kann ich hier hin? Okay, okay. Verstehe. Jetzt will ich wissen, wo hängen die jetzt bitte nur fest? Na ja, genau. Das hab ich mir nämlich fast gedacht. Kenn ich den... Nee, kann ich nicht. Kann ich hier wieder... ...zurück? Jo. Okay, wir haben's gef... Wie, 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 wie... Hä, hä? Da stand die Mutti auf einmal. Also... ...die böse Mutti. Das war jetzt nicht so schön. Okay. Hat mir gerade leicht ins Hüschen gemacht. Völlig in Ordnung. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Ist aber... Okay. Okay. Wir können jetzt hier nach drüben rennen und können... ...und ganz easy peasy... ...nicht den Stern mitnehmen. Das ist... ...natürlich richtig awesome. Ich hätte jetzt gedacht, das wär's jetzt gewesen. Aber no! Bitte was? Äh... Okay. Nee. Wow, 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 wow. Können wir das sein lassen? So Sachen werfen und so? Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann diese Tür hier öffnen. Ist das jetzt nicht dein Ernst? Halt rum. Wie rum denn jetzt nun? Okay, keine Ahnung. Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken. Keine Ahnung. So, hier sind die Bälle rausgekommen. Okay, cool. Cool, hatten wir hier nicht noch irgendwo... Von da sind wir gekommen, oder? Ach ja, hier. Nee, da, 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 da wollte ich noch reingucken. Oh, hier ist ja gar nicht gruselig. Das ist ja mal... Ja... Wofür konnten wir jetzt den Hocker eigentlich da hinten rausholen? Okay, wir sind in der Küche. Äh, kann mir jemand da sagen, warum... Äh, warum mir den Hocker... Also ich mein, brauchen wir den jetzt? Muss ich... Muss ich jetzt den nach... Hier vorne schleppen, damit ich da hochkomme? Loll, wo ist der Stern? Nimm mal. Nimm den Teller. Na, schade. Jawohl. Okay. Vielleicht ist Mami nicht ganz so... Fröhlich drüber, dass ich so viel kaputt gemacht habe. Mami ist Warnung für einen guten Zweck. Äh, ich bin weg. Äh, kann ich jetzt wieder zurück? Einfach? Wie... Was ist denn jetzt hier passiert? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Hab ich... Hab ich... Was verpasst? Ich... Ich hab keine Ahnung. Und ich... Ich bin so planlos. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Und... Und hier gibt's doch den... Loll. Mein Übergang ist weg. No. Die böse Moody, die hat mir alles... Äh, wie soll ich denn jetzt wieder zurückkommen? Ich muss an den Stern einsetzen. Äh... Äh... Das ist alles nicht richtig hier. Oder? Äh... Okay. Okay, 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 okay. Hier gibt's noch ein... Creepy-iges Bild. Das ist Papi. Das ist Papi. Oh Gott. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht... Vielleicht lassen wir's auch erst mal zu? Äh... Oder wir machen sie einfach auf. Äh... Und... Ist das denn fucking ernst? Bin ich denn jetzt runtergefallen? Ist er jetzt... Ist er jetzt noch falsch hier? Was? Was ist er denn? Okay, ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Ist mir egal. Ich geh weiter. Ist mir egal. Ist mir egal. Muss ich vielleicht jetzt hier lang? Alter, ist das creepy. Nee, ich muss nicht hier lang. Äh, okay, also wenn das ab 6 ist, dann weiß ich auch nicht. Dann läuft bei den Leuten noch was falsch. Okay, ich kann hier nichts machen, außer Unterkrabbeln. Äh, hier rüber komme ich auch nicht. War das jetzt mein, meine To-Do? Okay, komm, wir probieren nochmal uns einen Überblick zu verschaffen. Wo müssen wir hin? Vielleicht der schwarzen Spur folgen. Maybe. Okay, wir folgen dem Basketball. Der Basketball wird uns den Weg zeigen. Bist du mich hier durch? Gibt's? Ja, danke. Kann ich hier? Ich kann hier nicht rüberklettern. Warum kann ich hier nicht rüberklettern? Weil ich hier durch muss. Nein, ich muss nicht hier durch. Ähm, okay, vielleicht muss ich hier durch. Ja. Wollt ihr mich... Das sind doch jetzt alles Flaschen, um die Dame da zu triggern, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Wenn ich die jetzt hier nehme. die ganz sanft... Okay. Warum bewegst du dich? Tür. Mach das nicht. Muss ich jetzt hier rein? Nee, das ist nur zum Verstecken, falls ich Lärm mache. Ist ja wunderbar. Das Spiel hat ja sehr viel Vertrauen zu mir. Ah, ich hätte es aber auch nicht... ...an... ...seiner Seite... ...stelle... ...mich raten. Hier komme ich... Hier brauche ich auch nicht rein. Ja, wow. Okay. Ja. Das war doch jetzt gemachtes Ding, oder? Das war doch jetzt gewollt. Also, ich habe das extra mit hin. Und so, damit wir... ...nicht die Mami aufschrecken. Und wir easy peasy... Welche Flasche ist denn angeblich runtergefallen? Ja. Ja. Keine... ...in meiner Nähe. Okay. 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 Hier geht's... Nein! Nicht ducken! Klettern! Und Teddy rausholen. Teddy! I need... I need you! Oh! 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 Warum bin ich jetzt in den Raum gegangen? Also jetzt sag mir bitte nicht, damit ich hier den Stuhl mitnehmen kann, den ich nicht hier rauskriege. Und bevor der jetzt hier verbargt, ziehe ich den erstmal wieder zurück und hole mal kurz Teddy raus. Äh, äh, was? Warum? Okay, 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 wir gehen hier weiter. Wir gehen, wir gehen einfach weiter. Ich hab nichts rumgeschmissen. Komm hier, ich schmeiß dich mit meinem Tennisball ab. Komm hier, hier. Ich bin überwaffnet. Und wenn ich jetzt die nach da hinten schmeiße. Also eigentlich dürfte die ja gar nicht auf unserer Etage sein. Ich hab sie doch mindestens fünf Etagen runtergeschmissen. Ich hab mal in keiner Eskorb... Ja, steh dir das mal vor. So eine Eskorb-Mission. Bitte nicht. So, sind wir jetzt endlich mal wieder am... Hä? Ne, sind wir nicht... Am Stern angekommen. Ey, jetzt sag bloß, ich hätte hier einfach rüberlaufen können. Ja, okay, ich hätte nicht drüberlaufen können. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier... ... in der Lampe an der Decke. Äh... Weiter, um... ...wieder zurückzukommen. Nicht hier richtig. Ja. Da ist der Stern. Kann ich jetzt hier einfach runterlatschen? Ja. Ja, 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 ja. So verkehrt aus. Zack. So, jetzt können wir nämlich Sternchen setzen. Und unsere Erinnerungen abholen. Der Elefant, ja. Der gute Elefant. Gib mir den Elefanten. Mami. Gib mir den. Möchen. Mö, hallo. Muss ich jetzt wirklich noch hochklettern? Und mir meinen Elefanten zu holen? Gib mir den Elefanten. Gib mir den Elefanten. Ja, 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 ja. So. Und als nächstes geht es jetzt wohin? Äh. Hallo? Aha. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will doch hier noch hoch. Ich will noch hoch. Hallo? Ich will doch gar sagen. Ich habe doch eigentlich hier alles gefunden. Das wäre doch der einzige Ausgang. Nein, 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 nein Ach, nicht so! Nein, Teddy! Was ist los? Sie hat Teddy kaputt gemacht. Und wir sind eigentlich gestorben. Was mach ich jetzt? Nein, Teddy! Was ist der Arm? Mein Buddy! Warum? Teddy! Willst du meinen Teddy haben? Gib mir meinen Teddy! Wie? Warum? Not now! Mami! Nein, bleib doch hier! Ich sagte, nicht jetzt! Okay, Mami verändert sich, wenn sich was trinkt. War vorhin also Mallorca und Eimersaufen doch nicht so verkehrt? Äh... Alkohol ist nie gut! Deswegen... Finger weg von Alkohol! ... 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 Okay. Moody ist nicht Moody, wenn sie mir nicht Moody Saft getrunken hat, ja, oh Gott. Weiß ich nicht, will ich das? Ich muss wahrscheinlich in die Richtung des Lichts. Moody braucht einen Snickers. Ja, das braucht Moody definitiv. Okay, also wir haben... Oh no, wie soll ich denn jetzt die Knöpfe drücken ohne Teddy? Nooo. Ist das jetzt ernsthaft? Ich muss jetzt den Arm darauf packen, damit ich den Knopf und das letzte Level machen kann mit Teddy. Oder... Gott. Sorry, sorry dafür. Das weiß ich nicht. Oh no. Teddy! Aber das heißt ja auch, ich kann Teddy den nicht mehr in die Hand nehmen und ich hab kein... ...Licht. Kann ich... Kann ich Teddy... Kann ich den jetzt mitnehmen? Ich möchte ihn wieder mitnehmen. Okay. Okay. Und ich hab nichts. Womit ich knuddeln kann. Der Ultifant, ja, der Ultifant ist nice. Nice. Aber jetzt geht's zum letzten Level. Scheiße. Vielleicht. Ist er mir entkommen? Das Elefant. Das ist die Spielruhe. Hier ist das Buch. Ja. Ah. Es sieht alles wieder normal aus. Wo ist Teddy? Teddy? Was kennt Teddy hier? Guck mal, hier ist die Eule. Und das andere Spielzeug. Und nochmal. Der Stern. Oh. Die Puzzle. Mami? Ich hoffe, du trinkst jetzt nicht noch den Mami-Safter. Er tut dir nicht gut. Oh no. Okay. Ich geh mal davon aus, wir müssen Richtung Küche. Mami? Oh. Mami? Ich hoffe, du bist noch nicht so sehr mit deinem Mami-Saft da so durch. Hast du Teddy kaputt gemacht? Bist doch nicht so wild. Guck mal, ich kann trotzdem mit ihm spielen. Mit mir den Teddy. Ich drücke F um den Teddy zu nehmen. Ich kann F nicht drücken. Mami. Mami. Halt dich trotzdem lieb. Mami. Okay. Mami. 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 moon geschaut. Mami. 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 Untertitelung des ZDF, 2020